Mühlen, der Preis war das überhaupt. Das haben wir hier alles gemacht. 07.08.2013 Wir werden verwegen, schade. Ich hätte gerne natürlich mit Sonnenschein gezahlt. Doch, verbleiben. Das ist auch so ein Vorteil. Die rechte Seite und Einheiten im Einkaufsstil gesetzt. Die können wir jetzt natürlich nicht so klar sehen. Auch seine Vorteile werden wir jetzt noch links umfahren. Ich muss weg. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter. So, jetzt habe ich endlich gefunden, wo das Wasser bei meinen Auto reinkommt. Und hier so lange Nacht ist es, aber ich weiß das hier. Das ist fantastisch. Das ist ein Falzsträden. Ja, wir sind schon drüben. Und wir sind endlich gekommen. Hier ist ein Zeithorn. Auch irgendwas, was wir hier schon sagen. Wahrscheinlich auch mit dem Zubehör. Das ist weiter, weil es das große Schiss ist, was wir da haben. Ein schönes Tag, hier. Trackcafé, Perko. Das muss ich noch mal hin. Eigentlich muss ich noch mal hin was messen. Letzte Hausflüte. Ja, wir sind gerade hier. Oh, jetzt geht's noch ein heller, da. Das ist noch besser. Ja, da geht's jetzt noch weg. So, die Rechte sollte ich da nicht aufaktivieren, aber nur bei Dauerregeln. So, Fahrt einfach auf. Erstmal endlich an. Aufsehen. Und da haben wir alles gesehen über Reise. Ja. Okay, danke. Okay, danke. Ah, das ist super, aber... Ja, rechte Seite. Zwolling ist nix. Ja, dann gucken wir nochmal da an. Hier. Teil. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. . Ja. 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 8, 7 Kilometer, oh, das wird super. Die Liga-Noberstraße, hier, nö, das ist so. Lass mal hier längst fahren. Neue Becken. Die Liga-Noberstraße, hier muss eigentlich wieder weg. Ich glaube, sie wollen die andere eins weggefahren. Oh, tschüss.